Sie sehen mich exklusiv bei Tele24, hier wo es passiert. Das ist das erste private Fernsehen von der Schweiz. Tele24, der Abschied, Teil 1. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu der grossen Abschiedssendung von Tele24. Ja, ein Wort zum Wetter. Der Petrus Brület, aber die Tele24-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch am heutigen Abend die Sonne im Herzen. Wir nehmen Abschied von Ihnen, meine Damen und Herren. Wir erwarten sehr viele Gäste bei uns, die Abschied nicht tun und die die letzten Stunden von Tele24 hier im Steinfelsareal miterleben möchten. Ja, da auf dem Dach vom Cinemax, vom Kino im Steinfelsareal, hat vor drei Jahren alles angefangen. Die Satellitenschüsse sind montiert worden und das Programm von Tele24 ist in alle Welt verbreitet worden. Nicht nur in Schweizerstuben, sondern auch zu Auslandsschweizerinnen und Schweizer, die sich täglich via Satelliten informiert haben über die Schweiz. Roger Schawinski, der Gründer von Radio24, TeleZürich und Tele24 ist bei mir. Roger, wie viele bewegen dich an diesem regnerischen Abend? Ja, es ist also schon noch speziell. Wir haben drei Schliessungen erlebt bei Radio24. Sie sind immer unter speziellen Umständen vonstatten gegangen. Und jetzt, nach so vielen Jahren, wieder so etwas zu erleben, auch wenn es ganz anders ist, das ist mir jetzt heute Nachmittag und Abend doch ein bisschen Knochen gefahren. Was war der Unterschied zwischen Radio24 und der Schliessung von Tele24, emotional gesehen? Dort sind wir zum Teil überrascht worden von den italienischen Behörden, die aufgrund von Interventionen von Schweizer Behörden unser Sender abgestellt haben. Dort haben wir zum Teil noch ein paar letzte Worte können sagen. Und da haben wir selber den Entscheid fällen. Wir sind jetzt in der Schweiz, da hat die Schweizer Regierung gesagt, und die haben jetzt alle Bedingungen, die privat Fernsehen nicht ermöglichen, mindestens nach unserer Sicht. Und dass wir selber den Entscheid fällen müssen und selber jetzt hier, wir müssen den Stecker rausziehen, das ist vielleicht noch besonders bitter. Roger Schawinski hat heute seinen letzten Arbeitstag bei Radio24 und bei Tele24 gehabt. Sabine Schweizer hat ihn begleitet. Der letzte Tag von Roger Schawinski als Chef von Tele24 und Radio24 fängt zu sportlich an. Ausnahmsweise wird heute nicht gerannt, sondern tennis gespielt. 100% fit fühlt er sich aber nicht. Ja, es ist also, wir sind spät ins Bett und man ist zwei, drei Mal aufgewacht und so. Weisst schon, heute ist ein spezieller Tag. Aber ganz sicher, was passieren wird und was ich erleben werde, das bin ich überhaupt nicht. Der Tennislehrer Mischa Tigermann trainiert Roger Schawinski schon 16 Jahre lang und hat schon einige Phasen in seinem Leben miterlebt. Der Roger hat so viele wichtige Tage gehabt und so viele dramatische Ereignisse sind passiert und am folgenden Tag hat er mit mir Tennis gespielt und man hat das Gefühl gehabt, er ist immer der gleiche. Nach dem Tennis gilt es ernst. Die erste Station auf der Abschieds- und Auferumtour von Roger Schawinski ist das Radio24. Was machst du da? Bist du nicht mein Chef? Nein! Warum kann ich sagen, der Reserter finde ich im Moment ein bisschen verblasen. Nein, ist gut. Aus seinem Büro will Roger Schawinski nicht viel mitnehmen. Man könne ja nicht alles behalten und sowieso loslassen können. Das sei wichtig. Radio24 geht es eben. Ich glaube nicht mehr. Ich habe jemand anderes. Der Radio24 Gründer räumt sein Büro im Eiltempo und man ist nicht so sicher, ob er sich überhaupt bewusst ist, was er da macht. Natürlich nicht. Ich mache jetzt einfach eine Tätigkeit. Ich räume nur und mache es so schnell wie möglich und so, dass es wirklich schnell vorbeigeht. Das ist klar. Ja, der Markus Kili. Der Markus Kili. Ja, nochmal. Markus Kili. Noch schnell lesen, was die Presse über ihn so geschrieben hat in den letzten Tagen und dann zeigen sich langsam aber sicher erst die Zeichen von Schwächli. Jetzt langsam merke ich es. Jetzt sinkt irgendwie der Blutzuckl-Spiegel schon. Jetzt muss er gleich etwas essen oder etwas reinrühren. Sonst können sie dann etwas geben. Es ist eins. Wie unser technischer Leiter kurz vorher noch gesundheitlich ausgefallen ist. Es war ein schlechtes Oma und wir hatten das Gefühl, wenn wir heute nicht aufs Sendung gehen, dann haben wir tatsächlich ein bisschen beberen und es ist eben spannend. Beim ersten Mal ist es immer, was es immer das erste Mal ist, ist etwas ganz Spezielles. Ja, immer etwas Spezielles und dass es geklappt hat und es hat immer geklappt. Ich muss wirklich sagen, es hat immer geklappt. Das freut mich und es ist eigentlich irgendetwas, wo man stolz sein kann, auf das Team, das das angebracht hat. Ist es auch Wehmut am heutigen Abend, dass es nicht gelungen ist schlussendlich? Ja, ist es nicht gelungen, ist es gelungen. Es ist vieles gelungen. Natürlich hätte man das noch bis in die Ewigkeit machen wollen. Es ist gelungen, uns zu positionieren. Es ist gelungen, zu zeigen, dass die Schweiz so ein Fernsehen braucht. Dass man es könnte machen, dass man ein seriöses Fernsehen macht, dass wir im Informationsbereich wirklich eine Bereicherung sind, auch für die SEG. Also ich sage, die Bilanz ist nicht einfach nur negativ. Ich glaube, sehr, sehr viel Positives ist passiert und wir haben sicher viel, viel weitergebracht. Alle anderen, die es je versucht haben in der Schweiz. Merci Roger. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir auch langsam in den Schermen gehen. Aber wir wollen da mal ein bisschen Rückblick halten. Der Start von Tele24, Sabine Schweizer, FassZäme. Roger Schawinski, Radiopirat und Fernsehpionier. Marathonläufer mit einem eisernen, durchhalten Willen. Als Sportler auf Sie getrimmt, kennt er keine Angst vor übermenschlicher Leistung und ebenso wenig vor der Konkurrenz. Im Gegenteil, diese lässt er schon vor dem Senderstart zu einer Betriebsbesichtigung ein. Und wie meistens, bevor etwas Grosses startet, läuft das Merchandising auf Hochtouren. Wir kommen in so einer Tüte rüber, mit all diesen Tele24-Produkten. Marathon-Man Schawinski kurz vor seinem härtesten Lauf. Noch 48 Stunden bis zum Startschuss. An Energie fehlt es nicht. Es geht relativ gut. Am Morgen ein bisschen Magnesium. Mit der Lea tanze ich zu Bob Marley. Dann schaue ich meinen Garten raus, schaue meinen Buddha an. Und dann komme ich zu Tele24 und sehen so tolle Leute wie du. Und dann geht es mir immer gut. You can get it if you really want. Und wähle, tut er. Ehrgeizig wie er ist, gibt es für ihn nur eine mögliche Medaille. Die goldige. So siehst du doch nicht Gold. Ich weiss nicht, wie ich das so machen kann. Das ist ja Knahle. Das kann man immer noch ein bisschen Farbtöne rein. Drittemann. Ja. Auftritte vor der Presse. Die Euphorie, Dämpfen, Unsicherheit zeigen. Ein Erfolg ist umso schöner, wenn er fürs Publikum überraschend kommt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, danke vielmals, dass Sie heute Morgen hier zu uns gekommen sind. Für uns ist es ein entscheidender Moment. Wir sind wenige Tage vor dem Start. Jetzt sind von Tele24 der ersten privaten Fernseh in der Schweiz. Wir sind vielleicht uns selber nicht ganz bewusst, auf was wir uns eingelassen haben. Das ist vielleicht noch ganz gut, sonst würde es uns vielleicht noch ganz anders gehen. 5. Oktober 1998, Tag von der Entscheidung. Der Start ist gelückt. Doch nach rund 15 Minuten der erste Stolperer, Tonpane. Der Chef wird vom Marathonläufer zum Sprinter und sorgt zum Rechten. Wenn wir das zacken drauf haben. Drei Jahre kämpft Roger Schawinski um Werbegelder, Zuschauerzahlen und gegen das geltende Mediengesetz. Doch der Schnauf fehlt. Zum triumphalen Zielinlauf wird es nicht kommen. Der Marathon-Man tritt ab. Comeback nicht ausgeschlossen. Ja, da wo die VJs drei Jahre lang gearbeitet haben, da in dieser Räumlichkeit, da stehen alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen grossen Teil davon und verfolgt da die Abschiedssendung, das grossartige Team. Und ich habe auf dem Gang auch einen ganz besonderen Mitarbeiter, eigentlich den Chef Satellitentechnik von Tele24, geteckt. Mit seiner Berufsschuss hat er alle Übertragungen gemacht. Hat leider noch ein Semblem von unserem Vorgänger drauf, von dem auch ein bisschen groundet worden ist. Roger Schawinski bei mir. Wir gehen da ein wenig über den Gang und gehen in dein Büro rein. Wir haben vorhin gesehen, der ist im Radio aufgelaufen. Jetzt haben wir mal ein bisschen einen Rundblick da werfen, wie es dann im Fernsehen ausgesieht. Hier liegen noch ein paar Sachen. Welches Utensil oder welches Erinnerungsstück hat dich besonders bewegt, da im Tele24? Ja, also das ist jetzt schwierig noch zu sagen. Also es sind jetzt Sachen, die dazukommen, die ich gar nicht sehe. Also es sind sicher mal die Fotos von meiner Frau, von meinem Töchterli. Dann das goldige Mikrofon, das mir die Mitarbeiter geschenkt hat. Das muss ich jetzt natürlich sagen. Das ist also tatsächlich, das nehme ich nicht mit. Es ist ein echtes Mikrofon, goldig, das ich rüberkommst habe. Und dann natürlich das, was mir Gabriella geschenkt hat, mein Tanker, das aus Tibet kommt. Ein ganz schönes Stück, wo ich dann sehr oft vor der Sendung noch ein bisschen ansehen konnte und ein bisschen Ruhe zu finden konnte. Bist du auf etwas gestossen, in all diesen Schubladen und Kästchen, die du gar nicht mehr wusst hast, dass du das eigentlich hast? Sehr viele Sachen. Ich war froh, dass ich das nicht mehr gewusst habe. Und das, was man nicht mehr weiss, das braucht man auch nicht. Hast du auch noch irgendwelche Akten, Ordner drin gehabt von Sachen, die dich einmal grausam genervt haben? Ja, vor allem im anderen Büro muss ich sagen. Die Verhandlungen und all das, was das beinhaltet hat, waren sehr, sehr schwierig während der längeren Zeit. Aber es ist gut herausgekommen. Darum kann ich sagen, es ist alles gut gefeilt, es ist alles gut abgelegt und zum Teil kann man es jetzt wirklich fotografieren. Du hast also einen grossen Pabak-Sack oder Zürich-Sack in den Backen? Sehr vieles, weil ich merke, man muss gar nicht mehr so viel mitnehmen. Ich habe früher, aus früheren Fassen in meinem Leben, bei der Tat, bei Kassensturz etc. habe ich noch ganze Schachteln bei mir im Keller und ich brauche gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Die wichtigen Sachen sind an einem anderen Ort, sie sind im Herzen und im Geist und in der Seele. Wir gehen jetzt in Studio 1, dort wo viele Sendungen produziert wurden, wie Lifestyle, wie es tagtäglich, der Sonntag, Swiss Date und dort bei Hugo Bitschi sind zwei Gäste, die zu uns gehören, aber doch grundverschieden sind. Hugo. Tatsächlich, wir sind in dem Studio, wo heute Abend eigentlich zum Schluss von TV 14 noch grosse Live-Kisten aufgereist wird. Dann machen wir es auch zu wenn, es gibt Ihnen noch später eine Gala. Ich begrüsse die zwei Gäste, Andi Stutz, Seite, Frau Bekant, und Eva Wannenmacher, bestens bekannt aus Fernsehen, mir persönlich natürlich auch bekannt. Eva, wir sind da eigentlich an der Geburtsstätte von deiner TV-Karriere, was ist das jetzt für ein Gefühl? Ich bin unglaublich aufgeregt, bin total nervös und ich kann es nicht glauben, dass heute Abend um 12 Uhr der Stecker rausgezogen wird. Er wird rausgezogen für TV 14, das Studio werden wir weiter benutzen für tagtäglich und andere Sendungen bei TV Züri. Andi Stutz, du bist ja ein langer Weggefährte von Roger Schawinski, wann hat er dich erfunden? Ja, also Roger und ich haben ja eine Gemeinsamkeit, wir haben nämlich vor 22 Jahren, als er in Como anfangen hat, die Antenne ausgerollt, haben wir die ersten Sidenballen bedruckt. Die ersten Sidenballen? Am gleichen Ort, ja und haben sogar im gleichen billigen Hotel einmal übernachtet. Er glaubt nicht, aber seine Mitarbeiter. Ganz kurz, wenn du den Roger mit einem Stoff vergleichen müsstest, was ist er für ein Stoff? Ja, also wir haben natürlich feinere Sachen, als der Roger ist. Zumindest hätte er auch schon eure Krawatten angehauen, oder? Ja, ja, hoffentlich. Eva, du hast ja lange Reisen gemacht, also von TV Züri zu Our Big Brother SFDRS und dann bist du bei TV 3 gelandet. Wenn du jetzt ganz kurz noch sagen würdest, was ist einmalig als Betrachterin von TV 24 für dich? Also ich habe natürlich nur das Tele Züri miterlebt und ich glaube, nirgends sonst habe ich so viel Pioniergeist erlebt, im Gründungsteam, in dieser Ausbildungszeit. Und das hat natürlich mit dem Oberpirat zu tun, der einen sehr gut motivieren kann. Und ich denke, das war mein prägendster Chef, weil es gab niemand anderes, der gesagt hat, you're my star. Und das hat Emil mal gesagt, das ist zwar schon länger her. Gut, und wir gehen wieder zurück zum Star Number One und zum Markus Gimmelmelder, später mit den Gästen und anderen Prominenten aus der Gala. Ja, da in den Räumlichkeiten, da sind News produziert worden, da hat es brodelt jeden Tag. Produzentinnen, Produzenten, die Anchors, die Anchorinnen, die sind da gewesen und haben da die News vorbereitet. Und da auf dem Bild oben sitzt der Martin Spieler, der heute seine letzte Money-Sendung gemacht hat. Martin, was hast du eigentlich für eine Reaktion aus der Finanzwelt aufs Ende von Money? Also in der Finanzwelt hat man das natürlich überhaupt nicht verstanden. Wir haben eine sehr erfolgreiche Sendung gemacht in jeder Hinsicht, sowohl inhaltlich als auch kommerziell, das ist auch noch ganz wichtig. Und da haben wir natürlich gesagt, es ist schade, weil so eine Sendung fehlt, es gibt keine Börsensendung mehr in der Schweiz. Und mal schauen, vielleicht werden wir dann in Zukunft gleich irgendwo auf einem anderen Sender wieder etwas vergleichbares. Oh, das klingt sehr verheissungsvoll. Aber Martin, es hat ja auch einen Moment gegeben, sicher bei Money, wo immer, es ist immer gelaufen, es ist immer über den Sender gegangen, es hat perfekt gewirkt. Aber erinnerst du dich vielleicht an einen Moment, wo es auf Messerschneiden gestanden ist, wo ganz brenzlig war, dass es irgendeinen Break gibt, das es könnte daneben gehen? Ja, also es ist für mich ganz am Anfang grauhaft gewesen, also der Start überhaupt mit dieser Sendung. Ich bin frisch vom Tagessatz eigentlich ein schreibender Journalist gewesen, war frisch in die Sendung, war wahnsinnig angespannt in dieser Sendung und das ist extrem herr gewesen. Ich bin eigentlich voll ins kalte Wasser gerührt worden und ja, da kann man wirklich sagen, das ist so ein bisschen auf Messerschneiden ganz am Anfang. Und erinnerst du dich sicher an den Moment, wo es plötzlich dunkel geworden ist, wo man da einen Stromausfall hatte? Ich glaube 18,25 sind es mit in der Sendung bei dir? Ich kann ganz genau sagen, Jens Korte von der Wallstreet hat noch gerade einen Beitrag gebracht von der Wallstreet, er hat über Intel-Aktien geredet und zack, ich stand da am Pult und es war wirklich funkstelliger. Ich habe gemeint, jetzt ist wirklich schon das Ende von Televieren, wenn es ist schon ein bisschen länger gegangen. Ein Vorbote für den Stromausfall, nachher sind dann an die Intel-Aktien geredet. Merci vielmals Martin Spieler. Ein bisschen rund um das Pult herum, das Pult vom Zürich Moderator oder der Zürich Moderatorin. Und da ist sehr oft auch Diana Jörg gestanden. Ciao Gare. Ciao Gare. Gare heisst das, also C-A-R auf Romantz. Diana Jörg, du hast deinen letzten Abendstag, Dienstag vor einer Woche gehabt. Wie hast du jetzt diese Tage so erlebt, seit dem Ende? Mit Ups und Downs, aber eigentlich relativ bis zum heutigen Abend relativ gut, muss ich sagen. Heute bin ich ganz fest nervös und auch traurig, aber bis hierher ist es mir eigentlich gut gegangen. Ich habe dich ja immer erlebt als eine Frau voller Seele, voller Engagement. Ich kann mir vorstellen, dass dir das sehr sehr tief auch geht. Dass in einer ruhigen Stunde zu Hause du denkst, was ist da eigentlich abgelaufen? Das ist ja so, ja. Also es geht mir wirklich nahe. Und ich habe zum Beispiel heute gemerkt, als dann wirklich der letzte Tag so angefangen hat, habe ich gemerkt, es liegt mir irgendetwas auf dem Magen. Ich habe nicht essen können. Ja, es geht wirklich um etwas zu sehen, wo mein Herz auch ganz fest daran gehangen ist. Ich möchte dir ganz herzlich danken für alles, was du gemacht hast, bei Tele24 und Buonasera. Und was heisst auf Wiedersehen? Sinsserversee. Sinsserversee, das sagen wir da. Grazie a Vitsch, Diana Jörg. Und da sehen wir noch Michi Pericone, wo der Raubhutter am heutigen Tag war, die letzte Sendung gemacht hat. Oder der Produzent der Zürich News heute, der Reto Steinmann. Bei uns Gast im Steinfelsareal waren sehr viele Politikerinnen und Politiker. Die Bundesratswahlen, die wir produzierten in Bern. Was sagen dann eigentlich alle prominenten Politikerinnen und Politiker zum Ende von Tele24? Wir haben eine Umfrage gemacht. Ich glaube, ich habe Herrn Schawinski eigentlich nichts zu empfehlen. Er weiss, dass es immer sehr gut ist, was er machen muss. Und ich glaube, ein bisschen Ruhe tut ihm gut. Und ich würde ja meinen, dass er jetzt noch etwas mehr Zeit hat für das Joggen. Und dass er beim nächsten New York Marathon vielleicht etwa 10 Minuten schneller laufen kann. Ja gut, wir Politiker sind eitle Menschen. Also muss ich sagen, dank dem Sonntag wäre ich jetzt gerade auf dem Weg gewesen, weltberühmt zu werden. Und jetzt auf dem Weg werde ich abrupt gestoppt, indem man die Sendung nicht mehr bringt. Und das finde ich eigentlich keinen Schaden. Also ich bedauere es selbstverständlich, dass Tele24 verschwindet. Ich glaube, in Zürich, aber nicht nur in Zürich ist das ein Sender gewesen, den man gerne geschaut hat, auch ich. Ich bedauere es ausserordentlich und der Satz von Herrn Leuenberg, der sagt, der Markt hat gesprochen, das ist eine Frechheit. Der Markt hat nicht sprechen können, weil man ganz verschiedene Voraussetzungen für das staatliche Fernsehen und das Private gemacht hat. Ich habe immer bedauert, dass Tele24 nach TeleZürich verdrängt hat. Tele24 hat halt leider nie eine Chance gehabt. Wir haben das schon damals gesagt. Wir selber eigentlich nicht. Ich stelle aber fest, dass die Frau und die Kinder das noch ab und zu einmal geschaut haben und vor allem die Informationssendungen als Informativ angeschaut haben. Ich habe noch drei-, viermal beim Herrn Schawinski-Interview mich seinen Fragen stellen können. Immer sehr reaktionsschnell, immer lebend gewesen. Es wird ein Farbtopfer fehlen in unserer Televisionslandschaft. Als Aargauer sowieso ist man relativ nahe an Zürich und Tele24 ist schon vom Radio24 her bei uns geschaut worden. Meine Frau und ich vermissen wir Tele24, obwohl wir rechts von mir wohnen, schon von Hause. Weil ja, als Liberaler habe ich gerne Konkurrenz, auch im Fernsehen. Was ich vermissen werde, das ist die Spontaneität. Ich kann mich erinnern, als wir uns begegnet sind. Das erste Mal war ich, glaube ich, da unten, vor der Türe, beim Bundeshaus. Und wir haben uns irgendwie grüßig gesagt und haben uns gerade noch ein Interview daraus gegeben. So spontan, so gut. Aber ich möchte ihm auch danken und ich möchte ihm alles Gute wünschen. Er hat natürlich wesentliches Beitragen, dass die Medienlandschaft vielfältiger geworden ist, interessanter geworden ist. Und wie gesagt, ich bin traurig, dass das jetzt so endet. Ja, mir auch. Herzlichen Dank für die netten Worte am Dölf OGM, Altbundesrat, ehemaliger Medienminister. In wenigen Minuten läuft die letzte News-Sendung von Tele24 über diesen Sender. Die Moderatorin ist schon im Studio, es ist eigentlich fast ein wenig Business as usual, obwohl bei jeder Einzelmitarbeiterin und jedem Einzelmitarbeiter natürlich sehr viel Wehmut auch heute dahinter steckt. Schauen wir in den Kulissen, dort im News-Studio, wo wir so viele Sendungen produziert haben. Und der Ugo Bitschi. Ja, Markus, ich bin da in dem Studio, wo man eigentlich jetzt zum letzten Mal sieht, so wie es aussieht. Denn morgen ist das zwar noch ein News-Studio, aber es ist dann für die TeleZüri. Wir haben dort ein anderes Dekor. Ivano, du wirst in wenigen Minuten die TeleZüri, also die Züri-News moderieren. Du wirst auch die Swiss-News für die Wurstopferzüri, die nicht vorhanden, auch heute Abend. Dein Gefühl? Es ist ganz schwierig zu sagen. Ein Abschied ist eigentlich nie etwas Schönes. Und doch finde ich es extrem schön, wenn wir das heute Abend so richtig zelebrieren. Es sind ganz gemischte Gefühle und ja, ein lachendes und ein weinendes Auge. Du bist Mutter von einer kleinen Mädchen und das darf ich jetzt gleich thematisieren. Du bist eigentlich gar nicht alleine da. Das ist das nächste Kind. Was wirst du deinen Kindern mal über Tele24 erzählen? Das ist eine gute Frage. Was ich sicher wird sagen können, ist, dass wir bei TeleZüri, Tele24, wenn ich jetzt sechs Jahre arbeiten kann, ohne dass ein Tag auch nur einmal ansatzweise langweilig war. Und das ist toll. Peter Oetisberger, zusammen sind wir ja auch Gründungsmitglied. 1994 mit TeleZüri und du bist in der Anfang mit dabei. Ein Bündner hier in Zürich etabliert. Ist das jetzt ein kultureller Verlust für das Bündnerland, wenn die Tele24 heute zumacht? Ja, ja, für mich ist es natürlich hart, dass ich jetzt Bündnerinnen und Bündner nicht mehr bedienen kann mit unseren News. Im Grunde genommen, klar, da bleibt eine gewisse Trauer überhaupt. Wir haben es drei Jahre versucht und es ist nicht recht gegangen, wie man jetzt leider sieht. Aber eben, wir machen weiter, wie du schon gesagt hast. Es ist mein Mann TeleZüri, ohne dass Bündner sehen kann. Ja, es hat viele Bündner. Zürich ist quasi neben Chur die grösste Stadt vom Bündnerland. Du bist der neue Chef von TeleZüri, noch ganz kurz. Was kann man denn von TeleZüri erwarten? Für all die Bündner und Berner und Basler, die sicher mal auf Zürich kommen und beim Fernsehen schauen. Ja, wir nehmen die Stärken noch mit. Die, die wir in den letzten sieben Jahren entwickelt haben. Emotional ein bisschen näher dran. Ein bisschen überraschend. Im Prinzip kriegt man das, was man gehabt hat. Plus natürlich Gesichter, die bleibend. Also ihr zwei zum Beispiel. Besten Dank, Peter Oetisberger und Ivano Imoni. Zurück zum Markus Kili. Du hast bei dir zwei Frauen, die den Roger Schawinski immer wieder gefordert haben. Und die einen fordern dann auch weiterhin. Ja Hugo, wir werden gerade zu den Frauen ins Büro gehen. Die Türschilder vom Roger Schawinski. Und da rechts davon Redaktion-Talk. Und uns haben uns von Büro zu Büro gegangen. Roger hat gerufen, haben wir jetzt den Gast? Und dann hat eine charmante Dame rausgerufen. Nein! Und das war die Regina Bohl. Wenn wir ihn mal hier anklopfen und schauen. Das sind Gabriele Sontheim und Regina Bohl. Regina, 5,5 Jahre hast du grossartig tagtäglich produziert. Mir ist aufgefallen. Roger Schawinski und seine Frauen. Wenn eine Frau da gewesen ist, eine charmante, dann ist ja der geschmolz. Wie der Butter an der Sonne. Ist das mein Eindruck oder hast du den auch gehabt? Nein, da bist du nicht der Einzige gewesen. Da haben viele die gleiche Meinung. Der Roger war immer sehr authentisch gewesen. Und ja, du sprichst mich jetzt sicher auf die Hannelore Elsner an. Da hat es ein wenig erotisch geknischelt, oder? Das war ein super Hammer gewesen. Weil sie, oder, sehr distan G-Fahrt ein. Und sitzt an dem Pültli und immer mit ihrem Kleiner. Und er wirklich wie ein Kleiner vor dem Weihnachtsbaum. Und von seiner Seite ist nicht mehr sehr viel gekommen. Und das ist ja sehr, sehr... Also, das gibt es eigentlich gar nicht bei dem Roger. Weil der holt immer wieder etwas aus dem Köcher raus. Und dort ist er wirklich wie ein kleiner Junge gehockt. Und ich muss doch sagen, er hat es wieder geschafft. Weil nach der Sendung, da hat es mich natürlich wundert genommen, was passiert jetzt. Und ich bin dann immer der Gang durchauf und durchab, um zu schauen, was jetzt da passiert im VIP-Räumli. Obwohl du ja sonst gar nicht neugierig bist, gell? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich dachte, ich müsste jetzt doch schauen. Und sie sitzt dort, raucht die eine nach der anderen. Und der Roger ist ein Hardcore-Nichtraucher. Aber er lässt sich rauchen. Und sie erzählt ihm, glaube ich, das ganze Leben. Er hat es mir leider nie nacherzählt. Das hat mich immer Wunder genommen. Vielleicht kommt das noch. Regina, ich möchte dir danken für deine grossartige Arbeit, die du bei uns geleistet hast. Und ich weiss für dich gerade auch am heutigen Abend einen Erd-Send. Ja, sicher, ja. Merci vielmals. Danke, Regina. Wohl. Anfang tagtäglich produziert wurde von der Gabriela Sondheim. Jetzt nicht Ehefrau. Der Roger hat gestern im Tag gesagt, sie hat mich geheiratet, obwohl ich sie vorhin ein bisschen peace sagte. Amisan, im tagtäglich. Der Roger und seine Frauen. Gabriela, ganz ehrlich. Bist du auch mein Seifersüchtiger gewesen? Du, es hat also eine Geschichte gehabt, dort habe ich also schon ein bisschen Mühe gehabt. Dort sind wir auch noch nie gewiratet gewesen. Und das ist dort mit der Shirley MacLaine gewesen. Das ist der erste grosse Hollywoodstar gewesen, der bei uns gewesen im Interview. Und die ist also die Shirley MacLaine reingerauscht in den Tag und ist neben der Roger gesessen und hat ständig ihre Hand auf seine Knie gehabt. Während dem Interview. Und nachher ist das Interview fertig gewesen. Dann hat Shirley gesagt, let's go and have some dinner, gehen wir zusammen essen. Da sind alle runtergelaufen, der Roger mit wehenden Mantel runtergerauscht und sie ins Auto mit dunklen Schieben und Limousinen. Und er hinten rein und die Tür ist zugegangen und ich bin ein bisschen zu spa gewesen. Und dann haben sie mich stehen lassen im Regen, oder? Also wirklich, im wahrsten Sinne. Und du hast die schlimmsten Vorstellungen gehabt, was jetzt in der Limousine passiert? Nein, nicht in der Limousine. Ich wusste nicht, was sie essen. Nein, nein. Und nachher habe ich dann gedacht, du Roger ist aber schon gerade ein bisschen hewig gewesen. Weil er hat einfach, er ist so begeistert gewesen, dass er mich vergessen hat. Dann hat er gesagt, weisst du, das ist halt Showbusiness, oder? Dann hat er gesagt, ich mache jeden Abend eine Show und dann ist das Thema schon wieder beendet. Darf ich dich auch fragen? Gabriela, du bist ja auch sehr verwurzelt, auch in diesem Sender. Deine Gefühle am heutigen Abend? Ich bin schon davon, dass ich jetzt mal arbeite heute Abend. Ich muss es ganz ehrlich sagen, es macht es ein bisschen leichter. Danke wie immer, Gabriela. Sontheim dir auch für die Zukunft. Alles, alles Gute. Ja, viele Leute mussten Haar lassen bei Roger Schawinski auch tagtäglich. Er hat ja manchmal schon die Leute ein bisschen beisagt und sehr, sehr hart befragt. Machen wir ein bisschen einen Rückblick auf all diese Gäste. Und zwar hat das verfasst Sabine Schweizer. Ob auf exklusiven Partys, runden Geburtstagen oder bei grossen Liebesgeschichten. Tele24 steht mit dabei, was passiert. Die Urstimmung darum auch in der Welt der Prominenz. Auf ihrer Bühne geht ein Scheinwerfer verloren. Und für viele Ex-Missen und Amtierenden auch ein potenzieller Arbeitgeber. Doch Tele24 ist nicht nur als Plattform gebraucht, sondern auch als Zuschauer geschaut worden. Und das sogar richtig gern. Ich werde vor allem die Unterhaltungssendungen sehr vermissen. Ein Insight gibt es zwar schon länger nicht mehr, aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch das Lifestyle finde ich nachher sehr, sehr gut. Und tagtäglich wird mir fehlen. Es ist verdammt schade, dass Tele24 nicht mehr gibt. Es tut vielleicht für Roger, aber es tut vielleicht auch für unsere Zuschauer. Denn es ist für mich ganz toll gewesen. Und vor allem, was ich sehr, sehr geschätzt habe, aber es ist, dass Tele24 überall Anwesende sofort dabei waren. Ich werde ziemlich vieles vermissen an so einigen Sendungen. Sicher mal der Frech Roger Schawinski in seinem Talk täglich. News, alles Mögliche. Und ich bin auch froh, dass Tele Zürich noch weiter existiert, denn ich werde auch weiterhin die Zuschauer von euch bleiben. Ich habe es gut gefunden, dass wenn ein grosses Ereignis passiert ist, dass ihr immer vor Ort gewesen sind und vielmals sogar als Erste vor Ort gewesen sind. Ich finde es schade. Ich wünsche aber im Team von Tele Zürich, das jetzt weitermacht, alles Gute. Ich finde es schade, dass der Sender verschwindet. Wobei ich von Anfang an der Meinung war, national ist einfach ein Schuh zu gross. Ich habe Tele Zürich wunderbar gefunden und auch für die grosse Region. Und das hat auch sehr gepasst. Eine grosse Fangemeinde also unter der Prominenz. Nur an einem scheiden sich die Geister. Ja, halt, das ewig Quängelige von dem Schawinski, der immer nürzt und nodert in seinem Talk täglich. Das werde ich vermissen. Ich habe das geliebt. Ich habe es wirklich gerne gehabt. Teilweise Sendungen vom Roger von Tag täglich, die mich extrem aufregen, muss ich sagen, werde ich auch nicht vermissen. Im Moment kann ich es praktisch nicht schauen, weil sonst mein Kind sich irgendwie 75 Mal während der Sendung dreht. Wir bedauern das ausserordentlich. Wir haben den Roger sehr, sehr lieb gewonnen. Über Jahre. Und wir haben jetzt halt einfach diese Veränderungen. Wir wünschen ihm auf jeden Fall für die Zukunft nur das aller aller schönste, beste und gesündeste. Die heimliche Liebe von Uriela ist nämlich gar nicht in Kordo, sondern ist ein anderer Mann mit schwarzen Kruseln. Wir haben es gerade vorhin gehört. Wir sind hier in der News-Regie. Und zwar da, wo die letzte Sendung vorbereitet wird und da, wo dann auch Tele Zürich seine News-Sendungen wird produzieren. Es ist ein grossartiger Team. Grafik, Regie, Editor, Ton und Kamera da versammelt. Und jeden Abend machen sie da einen grossartigen Job. Und bei uns auch ist der technische Chef von Tele24 und Tele Zürich, nämlich der Peter Ganale. Peter Ganale. Die Gefühle am heutigen Abend? Ja, sind gemischt. Sehr gemischt, ja. Wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen durch dieses Reich durchgehen, gehen wir da durch die ganze Technik durch von Tele24. Jetzt schiuss ich nach Kassetten runter, so von Tele24 und Tele Zürich. Du hast gesagt gemischte Gefühle. Hast du schon den neuen Namen wollen, sagen wir mal? Nein, gemischte Gefühle, Peter Ganale. Was heisst das konkret? Es ist natürlich das erbaut während der Zeit. Und hat jetzt das drei Jahre lang miterlebt. Und jetzt weiss man nicht ganz genau, was da passiert. Vor allem wird nicht mehr national gesendet. Und da macht man sich natürlich schon gewisse Gedanken. Welches ist dein heisstster Moment, den du technisch erlebt hast? Du hast ja alles gemacht, Überschwemmungen, Pizzagrande, Piazza Grande in Locarno und so weiter. Welches ist der ganz heisse Moment gewesen? Also der ganz heisse Moment sind die Anfangssendungen, die wir hatten, wo der Roger sehr schnell einmal gesagt hat, jetzt müssen wir einen Fussballmatch übertragen, jetzt müssen wir eine Detenschaltung machen und dann auf gut Glück einmal zu erleben, ob das wirklich alles zusammen auch so funktioniert. Das sind einmal die heissen Sachen gewesen. Plus das natürlich in Locarno mit dem Unwetter. Dort ist es ziemlich feucht worden. Du bist ja auch immer auf unserem Satellitenfahrzeug gewesen, wenn eine grosse Katastrophe passiert ist. Verzähl mal ein bisschen, wie ist das an mein Abgang? Hast du die ganze Welt eigentlich bei dir am Kabel gehabt? Ja, es war sehr interessant. Vor allem am Anfang war es weniger interessant, weil wir nicht für ausländische Stationen arbeiten konnten. Aber vor allem in den letzten 5-6 Monaten oder seit dem 11. September habe ich so viele Leute eigentlich aus der ganzen Welt kennengelernt, sogar in Airolo, wo ich sehr viel dabei fahre, wenn ich ins Dessin runterging. Und das war natürlich schon sehr toll, auch mal zu schauen, dass wir gar nicht so schlecht arbeiten, dass die anderen nämlich das genau gleich auch so machen. Peter Kanale, du wirst den Sender nämlich an Punkt 12 für heute Abend ausstellen. Wie wird das passieren? Ja, ich werde das mit Rogi zusammen machen. Also wir werden Satelliten, wo wir eine Leitung haben von da nach Paris und dort wird es dann weiterverbreitet. So rein, liebe Zuschauer. Und das werden wir dann runterfahren. Und dann ist nachher vorläufig zumindest einmal schwarz auf dem Sender. Merci vielmals Peter Kanale, der technische Chef von Chefbetrieb von Tele24 und TeleZürich. Ja, und in ein paar wenigen Minuten geht es weiter auf dem Sender, dem mit der grossen Gala. Aber ich möchte zum Abschluss nochmal mit dem Roger Schawinski ein paar Worte wechseln. Wir haben über Gefühle von dir geredet am heutigen Abend und wenn man mit Leuten diskutiert und geredet hat in den Läden und überall, die haben immer wieder eines gesagt, der Roger Schawinski hat einen Pfeil im Köcher. Und deine Antwort am heutigen Abend offiziell Statement lautet. Ich habe kein Pfeil im Köcher. Aber das ist auch nicht nötig. Ich habe immer erst dann ein Pfeil im Köcher, wenn ich ihn brauche. Und jetzt brauche ich Kuh und genau das Gegenteil. Wie wird das in den nächsten Tagen jetzt bei dir das Leben so ablaufen? Keine Ahnung. Also ich habe es gesagt, von jetzt an jeden Nachmittag bin ich im Kaffee und dann den Kaffee trinken. Am Morgen kann man mich haben. Ich habe jetzt Zeit für alle. Nein, ernsthaft, ich weiss es nicht. Also morgen Morgen habe ich mir vorhin noch zwei Stunden gejoggen. Mindestens. Und mir ein bisschen Adrenalin aus dem Körper rausbringen. Und dann muss ich noch ziemlich viele Sachen organisieren, mein Privatleben. Ein bisschen zu kurz in der letzten Zeit. Und dann wollen wir schauen. Und wenn man offen ist, dann passieren wunderliche Dinge, die man eben nicht planen tut. Was ist eigentlich das Geheimnis vom Erfolg von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von dem Sender, wo jetzt da alle rundherum stehen, wo wir auch nachher noch werden sehen, wenn wir dann ins Brockhaus übergehen, da im Kreis 5. Was war der Spirit von Tele24? Das weiss ich eigentlich nicht. Und das ist eigentlich das grösste Wunder und das grösste Mysterium für mich, dass jetzt bei Radio24, bei der Belkom und bei Tele24 und Telezüri ein ganz spezieller Geist herrscht hat, bis auf den heutigen Tag, dass die Leute auf eine Art und Weise zusammengehört haben. Aber vielleicht ist es das. Es ist ein ehrliches Produkt. Es ist ein ehrliches Management. Die Leute hatten grossen Freiraum und konnten sich auf diese Art und Weise bewähren. Sie konnten ihr das Beste geben. Und wenn man das Beste geben kann, glaube ich, dann fühlt man sich gut. Und ich bin also gerührt über das, was ich gerade in den letzten Wochen erlebt habe, nachdem man gesagt hat, es wird abgebaut, wir machen zu. Weil die Leute sich eingesetzt haben, das ist unbegrifflich. Und ich glaube, im Namen von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich dir für den Freiraum, den du uns jeden Tag gegeben hast, und für das enorme Vertrauen auch mal ganz herzlich danke. Und auch wie du die Sendung heute Abend machst. Und die professionelle Zusammenarbeit, die wir jetzt über 20 Jahre haben, die ist einmalig, wirklich. Die ruft nach mir. Danke für alles. Meine Damen und Herren, es geht nachher weiter mit der grossen Gala zum Abschied von Tele24. Vorschau jetzt von Hugo Bitschi. Ja, Markus, in wenigen Augenblicke gibt es nochmal Swiss News zum allerletzten Mal mit dem ganzen Moderationsteam. Und wenn die Sendung vorbei ist, dann rasen wir wie der Blitz ins Zürcher Brocken aus. Im Kreis 5. Dort gibt es die grosse Abschiedsparty für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tele24. Und wir melden uns live von dieser Party, wie immer die Stimmung dann auch ist, nochmal in deine Sendung, wo du am Schluss nochmal mit Roger Schawinski da in diesem Studio verbringst. Die letzten Minuten, ihr zwei ganz allein, mit der Stimmung von allen Tele24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Ehemaligen. Wir freuen uns, auch wenn es ein wenig weh macht jetzt zur sparten Stunde. Und ich sage jetzt zum letzten Mal für alle Tele24, Zuschauerinnen und Zuschauer, bis später. Zurück zu dir, Markus. Ja, nach den Elfen geht es also weiter mit der letzten Senderstunde, Roger. Und ich glaube, da kommt die schwierigste Stunde für uns beide. Es ist jetzt schon genug schwierig, aber die letzte Stunde, ja, das wird wahrscheinlich noch speziell. Wir werden dann einmal mit den Zuschauerinnen und Zuschauer von Tele24 darüber reden können. Sie, die uns so viel Support gebracht haben in diesen drei Jahren. Und ohne sie wäre ja all das nicht möglich sein. Ja, das ist klar. Und es ist wirklich wichtig, dass man das sagen könnte. Über eine Million Zuschauer, die uns jeden Tag zugeschaut haben. Das ist irgendwie etwas, das uns stolz macht. Und ihnen werden wir sagen, wir hoffen, dass auf die eine oder andere Art irgendwann in Zukunft wieder ein Privatfernsehen gibt. Weil jedes Land verdient mehr als eins Fernseher, auch die Schweiz. Danke, Roger Winski, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann schon im Brückenhaus, auch noch da im Kreis 5. Und wir werden mit ihnen auch nach den 12, nach dem Senderabstellt ist, noch weiter feiern. Und an dieser Stelle geht auch nochmal ein ganz spezielles Dankeschön an unsere Leute, technisches Personal, Programmpersonal, das grossartig geleistet hat in diesen drei Jahren. Und ohne euch alle wäre das niemals möglich sein. Ja, der Abschied kommt also, die letzte Senderstunde da bei Tele24. Wir sehen uns gleich nachher wieder. Bis dann.